Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Mein Vater hat hunderte Menschen erschießen lassen. Sind Sie Brüder? Zwillinge. Sie sind signiert, ehrlich. Naja, wir haben nicht dieselbe Mutter. So brauchen Sie denn die hier? Sie sind ein Psychopath. Ich weigere mich, die Schuld für etwas zu übernehmen, was ich nicht getan habe. Ich will nicht, dass ich Buße tun. Ich möchte, dass Sie sich wie ein Grobian benehmen. Dann erschießen Sie mich da. Mach es einmal die Däta, ich trage dir. Prätsche, Otto, ich kenne dir. Sie denken, der Sohn eines Mörders ist besser dran als der Sohn eines Opfens. Sie sind einfach nur ein antisemitisches Schwein. Und Sie sind ein Sionistischer Übermensch. Und der staren Otec nicht gesagt, was sich gemacht hat mit der Krieg? Was sich da gemacht hat? Es hat sich gemacht. Und das ist da, ich habe gesagt, was sich gemacht hat Nocten. Kapitel Die Be 추가 Untertitelung des ZDF, 2020